Hallo, ich bin Kurt und mach's kurz. Zu meinem Kurs fahre ich mit dem Einzelfahrschein Kurzstrecke. Also Ticket kaufen für nur 1,90 Euro. Und los geht's! Hier steige ich ein und darf ab hier fünf Haltestellenabschnitte mitfahren. Jede Haltestelle zählt, auch wenn mal nicht gehalten wird. Umsteigen geht natürlich nicht. Meine Kurzstrecke habe ich vorher auf dem Wabenplan gecheckt. Mit dem Ticket darf ich sogar über eine Wabengrenze fahren. Mit dem neuen Ticket kann ich bis zu 45 Prozent sparen. Ups, schon da! Für die Rückfahrt kaufe ich mir ein neues Ticket, dann spare ich gleich doppelt. Kennt ihr die Großwabe Saarbrücken? Da wird's richtig cool. Da kann ich innerhalb der Großwabe sogar umsteigen. Außer, wenn ich in die Großwabe Saarbrücken hineinfahre oder aus der 111 herausfahre. Das neue Ticket gibt es ab dem 1. Juli im gesamten Saar VV. Und jetzt noch ein paar Infos, die etwas zu kurz gekommen sind. Die Großwabe Saarbrücken Weitere Infos im Web oder telefonisch.